Lernen mit Serlo. Inhalte suchen und finden. Wir zeigen hier, wie man schnell genau das Mathe-Thema findet, das man gerade braucht. Wir beginnen auf der Startseite von Serlo und klicken auf Mathe lernen. Stellen wir uns vor, wir möchten heute das Thema Brüche erweitern üben. Wie finden wir nun den passenden Artikel oder die Übungsaufgabe dazu? Serlo bietet dazu verschiedene Möglichkeiten. Zum einen gibt es eine Themenübersicht, die man unter alle Themen links in der Navigationsleiste findet. Von Zahlen und Größen bis zur Geometrie haben wir alles abgebildet und die jeweiligen Unterthemen verlinkt. Hier kann man einfach das benötigte Thema Brüche erweitern durch Scrollen suchen, anklicken und kommt dann zu allen Formaten, also Kursen, Artikeln, Aufgaben und Videos, die zum Brüche erweitern zur Verfügung stehen. Das Praktische, verwandte Themen sind verlinkt und man kann einfach mehrere Tabs öffnen und immer weiter lernen. Dann gibt es noch die Serlo-Suchleiste auf der rechten Seite. Hier gibt man das Thema Brüche erweitern ein, klickt auf die kleine Lupe und erhält somit alle relevanten Suchergebnisse. Im Gegensatz zur Übersichtsseite sind diese Suchergebnisse nicht sortiert. Direkt unter der Suchleiste kann man jedoch mit dem Formatfilter nach bestimmten Bereichen sortieren lassen. So findet man auch schnell genau das, was man braucht. Wir haben unsere Inhalte auch nach Lehrplan, Schulart und Klasse sortiert. Aktuell orientieren wir uns an Bayern, es kann also in einzelnen Bundesländern zu Abweichungen kommen. Hier kann man zum Beispiel zwischen Gymnasium, Realschule, Mittelschule und Voss-Boss wählen. Das Thema Brüche erweitern findet man hier in der 6. Klasse Gymnasium. Hier zum Beispiel einen ganzen Kurs zum Thema Erweitern und Kürzen von Brüchen. Wir arbeiten gerade daran, unsere Inhalte auf alle Lehrpläne und Schularten in ganz Deutschland anzupassen. Das waren die Suchmöglichkeiten auf Serlo. Wir hoffen, dass die nächste Suche jetzt schnell zum Ziel führt.